Hallo meine Lieben, ein ganz kurzes Infovideo. Ich wollte euch nämlich Bescheid geben, dass es nochmal einen Online-Kongress gibt im November und zwar vom 4. bis 13. November, den Bereit-zu-Leben-Kongress mit dem lieben Gregor und ganz, ganz, ganz vielen Sprechern und Sprecherinnen. Und ja, wie das Motto schon sagt, bereit zu leben. Es geht bei den Interviews vor allem darum, wie du deinen eigenen Weg findest und natürlich wie die Sprecher und Sprecherinnen zu ihrem eigenen Weg gekommen sind. Also das ist bei mir so, bei allen anderen so. Diese ganzen individuellen Erfahrungen, Lebenswege. Wann hat man eigentlich erkannt, wie der eigene Weg aussieht? Was hat es gebraucht, um diesen Weg zu gehen? Warum ist man ihn gegangen? Was hat einen davon am Anfang vielleicht ferngehalten? Aber warum kam dann doch der Moment, wo man seinen eigenen Weg gegangen ist? Und was haben wir für Impulse für dich, dass du deinen eigenen Weg nicht nur findest, sondern auch den Mut hast, ihn vielleicht zu gehen? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch da einfach einschaltet. Wie immer bei diesen Online-Kongressen könnt ihr während der Kongresszeit komplett kostenlos teilnehmen, euch kostenlos anmelden. Ich setze euch den Link wieder mal in die Infobox. Da einfach draufklicken und ja, euch mal auch da umschauen. Ihr müsst euch natürlich auch nicht direkt anmelden. Ihr könnt euch einfach erstmal auf der Seite umgucken, könnt mal schauen, wer denn da alles zugesagt hat an Sprechern. Es gibt ein paar Trailer dazu und und und. Wie gesagt, schaut euch einfach mal ganz unverbindlich um. Ihr wisst ja, ich liebe es, an diesen Kongressen teilzunehmen. Ich liebe es aber auch, mir Interviews anzugucken. Problem bei dem wird es sein, ich bin da gerade in Indonesien. Ich werde mir wahrscheinlich kein Interview oder nur sehr wenige angucken können. Aber ich habe schon mal so ein bisschen reingeschnuppert und ja, ich glaube, da ist wieder mal sehr, sehr viel Interessantes dabei. Und wenn das dein Thema ist, dann werden auch bestimmt für dich einige wertvolle Impulse dabei sein. Ja, ganz viel Spaß. Ganz, ganz liebe Grüße an den lieben Gregor, dass er an mich gedacht hat, dass ich dabei sein durfte. Es hat riesig Spaß gemacht, mit ihm ein Interview zu führen. Und ja, einfach draufklicken, reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video so. Macht's gut.